Der Christian ist für mich definitiv der geilste Chef der Welt. Er ist ein herzensguter Mensch und er hat wirklich immer Lust und ist total innovativ und kreativ und fasziniert mich einfach. Für uns, fürs Team, für Januar ist es eigentlich immer wichtig, dass wir zum einen Spaß haben, aber zum anderen, dass wir immer wieder neue Wege gehen oder etwas Neues entdecken. Ich glaube, ich bin da immer auf der Suche, etwas zu finden, was so ein bisschen weg ist vom Mainstream und weg ist von der normalen Konvention. Mit dem VR-Projekt hat es eigentlich genau meine Sehnsucht getroffen, was absolut Neues und Verrücktes zu machen. Ich habe wirklich so geimpast, was ich bin über die Schmerz des Fernsees mit uns und ich kann ja wirklich alles, was wir gefragt haben, das inspiriert mich sehr. Für mich ist die Marke Januar einfach, die ist erlebbar. Das habe ich, also jetzt nicht nur in den VR, sondern das ist einfach eine Marke, die echt ist. Wenn du als Externer mit der Marke Januar in Berührung kommst, mit der Marke Januar arbeitest oder sie durch die Produkte auch in dein privates Umfeld reinholst, spürst du diese Emotionen. Und wenn eine Marke emotionalisiert, dann ist es für mich eine wirkliche Marke. Ich weiß, ich komme daher und ich verstehe mich mit jedem super. Wenn Feierabend ist, dann sitzt man sich hin, redet noch ein bisschen, trinkt vielleicht nur ein Bier oder zwei und dann geht es halt nach Hause und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Bis zum nächsten Mal. . Untertitelung des ZDF, 2020